Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, warum der Vorsitz der Partei nicht einfach... Warum ich? Betty? Gar nicht. Gar nicht. Ich habe mich erst schon gefragt, warum der Vorsitz der Partei nicht einfach Drachenlord hat. Der hat auch schon so coole Sachen gesagt. Oder PewDiePie. Oder PewDiePie. Oh man, der ist noch dicker. Jetzt hast du auch noch Dicke beleidigt. Der ist Dicke, ich habe alles Dicke beleidigt. Weil alles sieht so aus. Ich will nicht nur sagen, dass der Dicke ist, der ist einfach... Ich war ein bisschen zu lange im Mexiko. Kurva. Hey, get your ass up now, come on. Nee, gar nicht, ich hätte ja. Dankeschön, tschüss. Ich habe Munitionspaket. Wer will, wer will Sprengstoff Munition? Ich kann nicht nur damit auf sich einschlafen. Ah, hier ist Sprengladung. Wer will Sprengladung? Wer will Sprengladung? Oh, MidiPack. 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 Alter, könnt ihr immer auch nicht hier mal hinzurotzen, Alter. Höhö ich bitte Officer, wer wirklich ... So klar, den intentar schlafen hat. researchtbig, okay, sil rice... Jared Feralig! Ist genau, der�� ist... Dicke, dass sie das nichtomiculatisch notebooks hat? Aber doppelmäßige Dickel schlafen hat, blockiert, was ist das … holen und hat ihn egal was du sagst es wird nicht besser die Aktion er hat mich schon so recht Folge 1 auf der FB er will sich so rausreden und es wird immer schlimmer es wird immer schlimmer ja ich will die AfD will die auch da wirst du gleich mit erschossen nicht nur dass die AfD gegen Prozent Ausländer ist dann nicht so gegen Prozent alles alleine die Güte der Kalerleiter ja genau gegen den selbst gewählten Liebenstil Puzzle was hast du da auf dem Kopf deine Mutter ich hab auch ich hätte auch meine Mutter sagen können aber ihr macht mich ja schon genügend du machst dich die ganze Zeit selber fertig selbst shaming wann hab ich jeden Witz über mich selber gemacht ja warum denn ich bin ein einziger Witz aber eins einziger boah ne eins einziger Witz von Neuzigkeit Alter wie einfach wieder einfach so ein Larry an der Treppe hängt und mir hier auf den Sack geht also ich finde das jetzt nicht nur ein dummer Weg hier runter zu springen ja Hadagi chillt da oben, lässt uns alle sterben richtig ich hab gesehen es hier gibt auch Zombie Clowns so einen möchte ich gern haben als Haustür ja der kann doch meinen Zombie Sohn belustigen ich höre nicht mehr so wo kommen wir jetzt hin ich bin ja 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 bitteschön wir müssen hier hoch Dankeschön Weißbrot das selber weiß ha 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 mein linker finger juckt mein linker finger juckt als mussten wir rachel helfen der alten snitch kannst du mal jetzt weiter gehen ich weiß ok es geht nicht was hä ja nur weil ich schwarz bin nur weil ich schwarz bin ich nicht nur weil du uns schon wieder cock blocken wolltest au au Leute ach ihr helft mir nicht kann das sein nö warum sollten wir auch ich mein du bist schwarz nein wir finden einfach so witzig wenn du leidest ja das war ein fehler oder wer hat eigentlich die vor allem wir das einfach sagen die schöne mir gänse als ob das das normalste der welt auf dem land du hast dich doch schon wieder angeschossen so weil das im alltag halt auch das normalste der welt ist kannst du mal bitte damit aufhören als heute schon 700 zimmer könntest du bitte aufhören mich anzuschießen nice feuer im wasser die stellt die den creativisten dazu zeigen die das wird auch vorliegen ja aber das macht nee also seit neuestem ich habe immer diese geschissen aber das soll nicht so gut sein habe ich gehört ich habe ich habe die typischen diese herr obelche alles war es in der grünen soße immer weiter wir müssen immer weiter steht ja ja ihr habt ganz schön wenig läuft nicht anhalten egal als ob ich habe echt nix mehr hier kann ich meine heilen oder so mit adrenalin erhöht sie vorübergehend ihre geschwindigkeit zu holen da hatten zu 1 2 die Schild m hier schilden die als Schilder der Zinschulder wir wollen und in die da habe ich wieder angelegt da auch stehe ich wie im Punkt Alter oh es regt mich so oft, dass man nicht rennen kann ich wurde genagelt erstmal tief in Zug nehmen ich mach mal Kadari ganz schnell Groschel braucht Hilfe ja das Problem ist Nitsch auch da Griefer nicht selber helfen das war nicht sexistisch ich bin der Meinung dass Frauen auch älter auf exklusiv Wurfdinger nennen so scheiße an die Pflicht und schießt auch nicht drauf danach ich glaube die stirbt das geht es nicht raus kriegen wir dann Leben nicht raus nur und zu tun Gott dies Ende nur nicht gut dass jemanden das hier in den ich muss sie retten ist verliebt und jetzt muss ich nicht schütteln die Welt die Waffe kommen so wir müssen jetzt hier ein bisschen weg nee nee Nitschi Genski ja ich bin sofort soweit nur noch ein zwei Tote okay jetzt jau zu das war mir kalt durch mich durchläuft das habe ich nichts webe kommt jetzt wieder ein rastischster Witze oder was Oh mein Mann nein das kann ja nicht sein, das ist die Hälfte! Das ist unfair! Jawoll! Was ist denn los? Ich bin echt scheiße in dem Spiel, ich weiß nicht warum! So egal! Es geht ums Team! Ich hab nichts geschissen bekommen in dem Spiel! Es geht ums Team! Du gehst so gleich in den CS, du kannst in den CS auch scheiße sein, so lange das YouTube ist. So kommt sie das, Kevin! Ich renne mal vor, dass ich schon mal ein paar Kills machen kann. Ja, du brauchst jetzt welche, ne? Nachdem ich von deinem Ton abgelöst habe. Ich will auch! Tobi, den kennt man, The Dead, also so alle kennen. Die kennen alle! LOL! Bei mir steht das Serie aus Witcher 3, dafür habe ich den Charakter! Wat, wat, wat? Was? Ja, Witcher 3, Siri, die Weißhaarie, die steht bei mir jetzt da. Sie steht bei mir jetzt da. EF! EF! Ich hab die Motte, dass ich die für Rochelle! LOL! Man muss doch hier alle weiß haben, oder? Ja? Kein weißes, nein! Kein weiß Deutscher noch kommt, die kann ich nicht. Das ist ein typischer Abgebnis. Oh! Haha! Du warst einfach so ein Samurai-Schnitte! Alle auf den Schwarzen! Kann mir das mal bitte jemand sagen? Ne! Ich kann mir das auch gar nicht erklären! Damit ich weiterhin der Rest ist bitte. So ist das so. Schon wieder Benzin sammeln? Hast du kein? Mein Freund! Nein! Den hatte ich auch vorher nicht. Ich hätte dich sterben lassen sollen! Danke! Für Spaß! Danke! Nimm lieber einen Baseballschläger mit! Ne, ich hab schon Katan noch. Katan! Was ist so das, Alter? Ja, aber was passt besser zu dir? Ähm... Baseballschläger. Ich mein, ich bin schwarz. Oh, come on! Hey, was war daran rassistisch? Doch, Alter! Sag mal! Wo müssen wir mit dem Benzin hin? Ich weiß auch nicht, was daran unrassistisch war, aber daran war halt auch nichts rassistisch. Da hinten. Schwarze spielen? Ne, schwarz spielen ja Football. Aber West Boys and America, und in Amerika leben halt auch. Was enttäuschend auch. Quatsch! Die Frage ist nur noch wie lange. Ist einfach so. Ja. Neuweil. AfD und die Macht. Alles klar. Hey, da kriegt man ja Husten, wenn man hier rauskommt. Ich hab schon geholfen. Von dem Bro. Ich glaub du hast schon Husten, seit ich dich kenne. Wie auch Richard am Kippen. Na, na, na. Wow, ich hab aus dem fucking Benzinkanister geschossen. Ich bin so ein Genius. Genius. Ich bin ein Genius. You are the real mohoon. Von dem kann der immer nur ein Benzin-Kanister tragen. Was ist denn das für Ehrner? Ja, aber ich... Ich nehme jetzt grad drei mit, indem ich einfach die ganze Zeit werbe. Schieter. Leute, ich hab die drei Stück. So, was ist eigentlich hier das Ziel hier überhaupt? Guten Morgen. Geiler AK. Na, ne. Mal bitte. Danke, Umgrip. Jetzt bitte. Bitte nicht auf die Benzin. Der Boomer hat sich vollgekotzt. Das hat eh gedacht. Jeder sei einfach schlecht. dafür werde ich 6 Euro ich hab schon wieder Koffi Koffi verstanden Koffi Koffi ich glaube ich habe nur von Tätig Kaffee Fetisch Prozent diesen Kaktus mit wollen der Teil die Zeit hat die sich mehr so liebend nicht es ist nicht gut also für ihn ich schätze dass die Welt als geliebt und siehst du dass er der Tod ist also du weinst doch ne das sind überhaupt noch weiterspielen ich hab neun von sechzehn quatsch ich immer musik an Mottos Kuba nicht in den Städten Killing denn es wird die Zoller der Täter der Welt wurde angelegt er Kenney auf dem Platz gut Oberfluss mit der Artikel weiter und sich gehen die Dagebo er ist ob wir es beim Konzern können der Falle aber auch von den Jungen ich glaube nur allein ist die müssen die ganzen mit den Kalistern ein bisschen über die Botschaft nicht machen wer hat auf den Töckchen Bord hat auch die Mitglieder geschossen die G-Bord so ein bisschen dicker aber ein dicker dicker so richtig dicker Prozent Warte komm mal her ganz die mach ich doch bleibt aufstehen wir werden angegriffen ja und davon ist ein dicker der Wipplechner auf die Grenze nicht schreiend wegwerfen schreie ja über die erst befreit st komm noch mal was er gibt ja eine Faust ich bin fast tot warum ist man eigentlich immer im Ende der Mission packen wenn sie künstler sind weil Benzin sehr important ist ja war für alles nach einer Mission tsch man muss sich halt hocharbeiten Welt ist halt so ne danke so begrüßt man sich hab ich gehört schön mal mit dem mit der Waffe noch einig gegeben so auf die Schläfe K.O ja weißt du wie ich das nenne Gameski Karma da ja keine Ahnung was machen wollen Eming ist auch echt ich bin ein ich habe die Unwurz die auf die Geschosse nicht getroffen warum kann man nur auf eine Fläche in diesem ganzen Spiel gehen warum nicht ich will auch mehr zu einem gehen zum Beispiel also unterliegt ich habe eine Toilette ich bin Hilfe ich bin tot Ich bin sowas von erledigt Ich bin auch der einzige Volltrottel, der eine russische Waffe in einem amerikanischen Spiel ist Ich bin der einzige Volltrottel Kommt noch ein Ding, das liegt da unten Weißt du, was hier gerade los war? Triggered Ich schieße gleich aus Versehen auf den Kanister Das geht nicht Ich meine Oh, meine linke Maus ist abgelegt Brücke stinkt sich Was, ich werde geleckt? Nein Alec, ich werde die Mut Okay, da kommt was Alter Bauer Der ist voll das Mädchen, der leuchtet Hat er nicht gesagt Haha, da bin ich mit Sex Warum nicht Pele? Der Bandzeug nötig, der nächste Schlag bedeutet den Tod Das Tod von 1, ja Stimmt nicht Fuck you Fuck you Sag mir nicht Schuss Tschüss Der fliegt ein LK So, jetzt gucken wir mal hier, aber ich glaube, diesmal war ich nicht gut mit Kills und so Oh, zweiter Überlebender Keiner ist gestorben Keine Todesfälle Alter, siebenmal außer Gefecht Kills, 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 wo sind die Kills? Die kamen noch, die kamen noch Mouth of Cocktail, zwei Stück, beide auf euch Getötete Hunter, ich Ja, aber das zählt wie ein Boomer, guck mal das schon Naja, hier ist Smoker Das ist Smoker wieder nicht, Charger aber Doch, hier ist es Smoker, zwei, ja Bitter, nein Bitter zählt Gewöhnlich Infizierte, ey Ey, das ist doch wahr Neji hat auch doppelt so viel Schaden erlitten wie wir Ich verstehe das nicht Warum beschieße ich so schlecht? Warum bin ich so ein schlechter Schuss? Ja, Typ, Kopfschüsse Wahrscheinlich klauen wir einfach alles Aber Neji hat die höchsten Prozentschancen beim Kopfschuss Ja Deswegen 1.100 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion getötet Ja Nur damit ihr wisst, was ihr euch da anguckt Richtig Tja Also ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht Nein Das ist schade, mir hat es sehr viel Spaß gemacht Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht Lasst doch einen Kommentar da oder ein Like oder ein Abo Und guckt bei Genshki rein Der hat voll tolle Sachen gemacht Der hat jetzt ein Video hochgeladen von hier Wie heißt das? Dümmst ist irgendwas? Was war es? Nein, 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 nein Da bin ich noch nominiert für Das mache ich erst noch Ich habe das mit den Briefen gemacht Und mit dem Chatten Ja, genau, das hat er gemacht Genau Ja, guckt auch vielleicht beim Puzzle rein, wenn ihr Lust habt Nein, will ich nicht machen Wenn ich jetzt gerade richtig gezählt habe Und die Zahl auch gemerkt habe Hätten wir noch 11 Missions Alles klar Dann sehen wir uns das nächste Mal bei der Äh, äh, 11. Nee, bis 11 Egal, tschüss